Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Christoph und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Falls du neu auf dem Kanal bist, dann auch herzlich willkommen an dich. Ich bin Trainer für Bildbehandlung und Fotografie und freue mich dir heute was zum Thema Größen für Social Media zu zeigen. Ja, ich habe unter einem meiner letzten Posts bzw. unter einem meiner letzten Videos mal den Aufruf gemacht, hey, sagt mir doch mal, was euch so interessiert. Da kamen viele interessante Sachen bis jetzt schon zusammen, unter anderem eben auch hier die Frage nach, was hast du denn für Einstellungen für den Export für Insta, Facebook, Web, Druck und so weiter von Christian. Christian, danke an deine Frage und die beantworten wir jetzt in diesem Video. Fangen wir mal an mit den Social Medien. Ich gehe hier wirklich nur auf Instagram, Facebook ein, YouTube schneide ich noch kurz an, weil das einfach die sind, die ich verwende. Für die anderen weiß ich es nicht, da kann man es aber auch googeln. Aber für die, die ich benutze, da weiß ich das auswendig. Also, für Instagram, fangen wir mal an, da brauchst du auf jeden Fall ein Format, das entweder 1 zu 1 ist oder 4 zu 5. So fängt es schon mal an. Das heißt, du musst von deinen Standardaufnahmen immer ein bisschen was wegschneiden, weil sonst wird das gar nicht richtig angezeigt. So, wie du das Ganze hier perfekt schneidest und positionierst, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Das findest du hier oben irgendwo, müsste das jetzt aufploppen. Da einfach mal drauf gehen, weil damit kannst du echt nochmal wirklich sehr, sehr viel rausholen, was auch die Reichweite in Instagram betrifft. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich beende das jetzt mal, weil das ist jetzt für das, was ich dir zeige, gar nicht wichtig, sondern bei uns geht es jetzt um den Export. Da gehe ich mal über G in den Grid zurück, gehe hier auf Exportieren und hier zeige ich dir jetzt mal, was ich da einstelle. Wenn ich das für Instagram exportiere, habe ich immer Bildformat JPEG natürlich, Farbraum bleibt auch immer gleich, die Qualität auch immer auf volle 100 natürlich. Und jetzt geht es aber hier rum, die Bildgröße. Und zwar geht es hier nicht um die lange Kante, was ja in dem Fall die hohe Kante wäre, sondern wir müssen hier wirklich die kurze Kante einstellen. Kurze Kante und die hat keine 2048, sondern die hat 1080. Alle Bilder, egal ob das jetzt 1 zu 1 ist oder ob das jetzt hier 4 zu 5 ist oder sogar das 16 zu 9 Querformat, was mittlerweile möglich ist, was ich aber für Instagram nicht empfehle, hat immer die Breite 1080. Das ist die Handybreite einfach, die ist immer gleich. Also das muss hier schon mal eingestellt werden. Exportieren, fertig. Würdest du das Ganze jetzt für Photoshop, äh, für Photoshop sagen wir, für Facebook exportieren wollen, dann brauchst du hier die lange Kante. Lange Kante und die muss, egal ob hoch oder quer, bei 2048 liegen. Also egal, ob ich jetzt ein Bild habe, was wirklich hier ein Hochformat ist oder wie hier nebendran das Querformat, immer die lange Kante, die hier unten oder halt eben die hier an der Seite 2048 Pixel. Das ist wichtig für den Export. Und nur dann fasst auch, ja, entweder Instagram oder eben Facebook dein Bild nicht mehr an und vergrößert oder verkleinert es selbstständig, was natürlich auch wieder zu Qualitätsverlust führt. Das heißt, wenn du jetzt hier ein Bild mit 6000 Pixel Kantenlänge reinschießt, dann wird das von Facebook oder Instagram verkleinert und die achten natürlich nicht so auf deine Bildqualität, wie du das vielleicht machst, was Thema Schärfe und so weiter angeht. Zu dem Thema habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht. Das werde ich dir auch hier oben irgendwo einblenden. Für YouTube schaut das Ganze nochmal anders aus. Dazu wechseln wir mal in Photoshop rüber. Hier ist die Sache die, dass ich auf das Filmformat von HD Ready beschneiden muss. Und das liegt bei 1280 in der Breite und 720 in der Höhe. Das ist das Format der YouTube Vorschaubilder. Also auch das kann man sich durchaus mal merken. Ich habe mir hier sogar von oder bei Photoshop besser gesagt eine Vorlage erstellt, die ich mir hier über Datei neu einfach dann laden kann. Die heißt YouTube Vorlage und somit kann ich immer einfach meine Bilder da reinziehen und richte das kurz aus und habe dann mein perfektes Vorschaubild. Das jetzt diese drei. Für den Druck, das war ja auch noch die Frage hier, gehe ich ganz ganz anders vor. Das allerwichtigste für den Druck ist die Größe. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Dazu gehst du bitte auf Bild, Bildgröße und hier gibst du das ein, was entweder auf der Website deiner Druckerei steht oder du rufst bei der Druckerei an und fragst die, was die denn hier für Werte haben möchten. Das ist der beste Weg. Ohne Scheiß. Ich habe jahrelang in der Digitaldruckerei gearbeitet und es gab nichts Besseres, als wenn der Kunde vorher angerufen hat und gefragt hat, hey, wie soll ich denn meine Daten anlegen, weil 75% der Daten, die gekommen sind, waren falsch, mussten von uns überarbeitet, interpoliert und so weiter werden. Und das war immer, immer eine Scheißarbeit. Also ruf da ruhig an oder schau auf der Webseite nach. Da steht meistens, wie du die Daten anliefern sollst. Und dann ist der Weg der, dass du hier, wenn die jetzt sagen, du brauchst, keine Ahnung, Zentimeter oder Pixel, weiß der Geier. Ich brauche 30 Zentimeter in der Breite. Dann legst du es hier an, rechnest es erstmal runter. Und dann im Nachhinein wird das Ganze, Moment, ich gehe mal hier auf ein anderes Tool und mit Command 0, passe ich das wieder in die Aussicht hier ein. Und dann erst bist du hier ja auf der vollen Größe. Also jetzt erst hast du deine letztendliche Pixelzahl. Jetzt wird das Ganze geschärft und dann wird es gespeichert im jeweiligen Format, wie das die Druckerei möchte und dann eben an die Druckerei versendet. Alles andere macht da sehr, 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 sehr wenig Sinn. So, und das war es dann auch eigentlich zu den ganzen Größen. Ich schaue nochmal kurz, was er noch gefragt hatte. Web und Druck. Ja, Web ist das allergleiche. Da frägst du einfach bei deinem Webseiten-Menschen nach, der das für dich baut. Oder wenn du selber gebaut hast, dann schau bei deinem, wie heißt das, Provider oder ich von Webseiten habe ich keine Ahnung, wie das ganze Zeug heißt. Aber einfach immer für den Verantwortlichen einfach nachfragen, welche Größen werden unterstützt, welche braucht man, ohne dass es jetzt zu groß, zu klein oder irgendwas ist. Und dann einfach diese Maße hier über Bild, Bildgröße eingeben oder dann gegebenenfalls halt auch noch beschneiden in einem gewissen Format, das ich dann hier einfach vorher angebe. Zum Beispiel hier eben wie für YouTube die 1280x27. So funktioniert das und dann bist du immer auf der sicheren Seite. Du wirst immer scharfe Bilder haben und die Bilder werden immer so dargestellt, wie du sie auch letztendlich hier gespeichert hast, was ja das Wichtige ist. Egal, ob es jetzt für einen Druck ist, für Social Media oder fürs Web. So, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Du hast das ein oder andere mitgenommen. Falls dem so war, würde ich mich natürlich über einen Kommentar megamäßig freuen. Auch ein Like ist schon was wert. Und wenn du mir auch noch folgen willst, dann tu auch das bitte. Das wäre der Oberhammer. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Danke dir fürs Einschalten. Sehe Spaß beim Bilderbearbeiten und bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal.